Ja ihr Lieben, es geht weiter mit den Episodenbesprechungen zu Jurassic World Chaos Theory Staffel 1. Wir sind jetzt bei Episode 7 angekommen mit dem ominösen Titel In jener Nacht. Ja, hier wird das Mysterium rund um Brooklands vermeintlichen Tod ein bisschen weiter aufgegriffen und wir quatschen jetzt über die gesamte Episode plus noch über eine von mir jetzt aufgestellte sehr wichtige Theorie. Ich gehe so weit und sage, dass diese Episode hier uns verraten hat, wer der mysteriöse Broker ist. Hört mir auf jeden Fall zu, ihr könnt dann am Ende des Videos gerne eure Meinung dazu abgeben und mir sagen, dass das vielleicht auch kompletter Humbug ist. Ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Vermutung, dass die Episode uns da schon Hinweis gegeben hat. Wir starten jetzt auf jeden Fall rein. Viel Spaß mit dem Video. Ja, der Titel verrät es ja schon so ein bisschen in jeder Nacht, erklärt uns scheinbar, ich sage hier ganz klar scheinbar, was damals mit Brooklyn wirklich passiert ist. Wir bekommen zuallererst eine Szene geliefert, die direkt an die Szene von Episode 6 anschließt. Nämlich die Szene, in welcher Sammy, Jess und Ben vom Backless Binax von einer Brücke herunter in die Tiefen oder in die weiten Tiefen eines Sees, glaube ich, oder zumindest eines gewaltigen Flusses hineingeworfen wurden. Der Truck von Ben geht dabei unter und der Backless Binax ist ebenfalls mit von der Brücke runtergefallen. Deswegen ist er auch mit im Wasser. Und wir bekommen jetzt hier so ein kleines Unterwasser-Action-Abenteuer, was ich irgendwie sehr gemocht habe. Ich finde tatsächlich, dass das hier nochmal zeigt, wie unfassbar gut die Serie einfach aussieht. Diese ganze Stimmung mit den Unterwasser-Elementen, mit bestimmter Lichtstimmung, die unter Wasser eben einfach dann vorherrscht. Wie sich der Backless Binax im Wasser bewegt, finde ich alles sehr, sehr geil gemacht. Und wir sehen jetzt hier, wie unsere Helden ums Überleben kämpfen, zusammen mit dem Dinosaurier. Denn der schafft es irgendwie vorerst auch mal nicht aus dem Wasser herauszukommen und ist da unten zusammen mit unseren Helden gefangen. Sammy währenddessen versucht sich dann abzuschnallen, bekommt das aber nicht so ganz hin und kriegt daraufhin eine leichte Panikattacke. Was eine sehr coole Szene ist, weil die uns jetzt zeigt, wie viele Fortschritte Jess eigentlich gemacht hat auf dieser Insel, wo sie versucht hat eben ihr Trauma mit Dinosauriern zu bewältigen. Denn während Sammy jetzt diejenige ist, die so ein bisschen ausflippt, schafft Jess es, Sammy wieder runterzuholen und eben zu sagen, ey, wir müssen jetzt cool bleiben, sonst haben wir schlechte Karten. Und das macht sie auf einem sehr, sehr angenehmen Weg. Also sie macht das wirklich sehr einfühlsam und sehr cool. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und die Beziehung zwischen den beiden funktioniert einfach unfassbar genial. Auch wenn Jess dann eben noch zu Sammy sagt, ja, das kann ich eben bei dir bewirken. Du merkst also, wir brauchen uns gegenseitig und Sammy lächelt dann daraufhin. Und du merkst einfach geil, das sind so die Charaktere, das ist cool aufgebaut, das gefällt mir einfach sehr gut. Und ich werde jetzt hier darauf verzichten, nochmal darauf hinzuweisen, dass diese Charaktere einfach so viel besser sind, als alles, was uns die Filme von Jurassic World jemals geliefert haben. Jetzt habe ich sie indirekt trotzdem gemacht, aber trotz allem, es macht einfach Spaß, damit zuzugucken. Und Ben hat währenddessen eine super gute Idee, denn der Backless Binax knallt dann irgendwann mit dem Schwanz gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges und Wasser dringt auch noch von vorne ein. Nicht nur von vorne, weil wir sehen auch noch, wie sich dann so eine Tür hinten öffnet, diese Schiebetür. Und da kommt auch nochmal Wasser rein und Jess versucht sie dann irgendwie zu schließen. Das klappt aber alles nicht. Und Ben will dann mit so einem kleinen Klebestreifen die Löcher in der Windschutzscheibe irgendwie fixen. Das geht natürlich auch in die Hose und wir merken so langsam, ja, wir befinden uns hier in einer wirklich ernsten Situation. Und ich muss den Vergleich hier nochmal ganz kurz bringen. Wisst ihr noch, wie in Jurassic World Dominion Kayla und Owen mit dem Flugzeug einfach abgestürzt sind? Und die sind in so eine Eiskruste reingekracht und das Flugzeug hat dann so mit der Schnauze im Wasser gehangen. Wisst ihr noch, wie die da rausgekommen sind? Ja, einfach so, weil das halt so funktioniert hat wegen Plot-Armer. Das hier ist jetzt eine Szene, so baust du diese Geschichte auf, so baust du eine Szene auf, so erzählst du eine Szene wirklich auch fertig. Denn wir als Zuschauer bekommen jetzt wirklich auch die Frage gestellt, was machen wir jetzt? Wie kommen wir hier wieder raus aus der ganzen Nummer? Und im Endeffekt kann man hier vielleicht ankreiden, ja, die Antwort auf die Frage, wie unsere Helden hier rauskommen, mag auch ein blöder Zufall sein. Aber der funktioniert, weil er irgendwie sinnig ist. Ich meine, wir sehen einfach, wie auch Jess dann versucht, die Türen vom Auto zu öffnen, aber das klappt eben nicht, weil der Van eben noch nicht komplett mit Wasser vollgelaufen ist. Deswegen ist der Druck noch viel zu stark und das Auto lässt sich eben dadurch halt nicht öffnen. Der Backless Bionics kommt dann inzwischen auf die Idee, sich von dem Van abzustoßen. Also er geht wirklich mit dem Bein auf den Van, stützt sich ab und schwimmt dann nach oben, während der Van weiter nach unten sickert, dann aber gegen einen dieser Pfosten gerät. Der wird dagegen gerammt, gegen so einen Brückenpfosten und dadurch wird dann eben eine der Türen geöffnet. Das gesamte Auto saugt sich dadurch hin voll und dann kann man eben alle Türen öffnen und unsere Helden können herausschwimmen. Der Backless Bionics schwimmt irgendwo hin, das sehen wir jetzt nicht großartig und Sammy, Ben und Jess kommen aus dem Fahrzeug wieder heraus. Zwischendrin allerdings sehen wir immer wieder auch mal, was mit Darius und Kenji eigentlich gerade los ist. Die Szene, wie ich sie eben gerade erzählt habe, die passiert nicht einfach so am Stück. Wir haben da so ein bisschen, da wird so ein bisschen gecuttet. Wir sehen immer so ein Teil von der Unterwasser-Action, dann eben noch ein Teil von Darius und Kenji. Aber ich glaube, wir sollten das so am Stück jetzt hier alles erklären, sonst wäre das als Review wahrscheinlich ein bisschen sinnlos kompliziert gewesen. Auf jeden Fall sehen wir dann ebenfalls, wie auch Kenji eine Panikattacke bekommt. Das ist so die Episode der Panikattacken. Zuerst haben wir Sammy gesehen, jetzt bekommt Kenji eine Panikattacke und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Jetzt kommt hier so ein bisschen Deep Talk rein, aber ich kenne das. Ich kann das Gefühl von ihm ultra nachvollziehen, dass er während der Fahrt in dem Auto mit der Person, von der sie ja gerettet wurden, zwei Episoden vorher, nach und nach realisiert, okay, mein Papa ist eben gerade gestorben. Mein Vater ist eben gerade von Raptoren gefressen worden und das kommt nach und nach in ihm hoch. Und ich kann das so nachvollziehen, weil ich auch jemand bin, der bei Verlust einfach ultra lang braucht, bis das irgendwie bei mir in der Hirngegend ankommt und dann schießt es dann eben einfach raus. Und das haben wir jetzt hier ebenfalls auch bei Kenji wesentlich schneller allerdings, weil der bekommt hier wirklich eine Panikattacke gemischt mit Trauer. Und ja, Darius fragt daraufhin aber erst nochmal, wer eigentlich die Person ist, die sie eben gerade gerettet hat. Hier kommen wir zum Thema Matteo, der wird jetzt hier neu eingeführt. Und wer Matteo ist, darüber quatschen wir gleich nochmal und meine Theorie hat übrigens auch mit ihm zu tun. Auf jeden Fall müssen Kenji und Matteo und Darius dann erstmal anhalten, damit Kenji aussteigen kann, weil er wirklich gerade am Zusammenbrechen ist. Er muss sich übergeben, er ist komplett fertig mit der Welt. Ja, schreit dann eben auch vor lauter Zorn rum, dass sein Vater jetzt gerade tot ist. Also er ist tot, sagt er eben einfach. Und dann merken wir wieder, wie krass die Bindung dieser beiden Jungs wirklich ist. Also dieser beiden Männer inzwischen, ja. Darius und Kenji umarmen sich dann daraufhin und Darius versucht ihn irgendwie wieder ein bisschen zu beruhigen. Matteo hingegen, der schafft es dann nicht so ganz einfühlsam damit umzugehen. Denn seine Idee ist, die Jungs jetzt darauf hinzuweisen, dass sie doch bitte wieder ins Auto zurückgehen sollen, weil sie müssen ja weiterfahren. Weil, Zitat von Matteo, sonst passiert mit uns dasselbe wie mit diesem Typ da. Sonst werden wir genauso wie dieser Typ. Und Darius sagt dann eben, das ist kein Typ, das war sein Vater. Und ja, ist halt, Matteo ist so ein typischer, ich trete in jedes Fettnäpfchen-Typ. Kenn ich. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier dann diese beiden Situationen, dass auf der einen Seite Sammy und Jess und Ben ihr Abenteuer weiter bestreiten müssen. Und Kenji und Darius erleben gleich auch noch eine sehr interessante Sache. Wie gesagt, in der Serie oder in der Episode selber wird das Ganze ein bisschen zerhackstückelt. Wir bekommen dann da mal ein bisschen was mit, dann da mal ein bisschen was mit. Und ich will jetzt aber hier für das Video und auch für meine Theorie zuerst mal die ganze Geschichte mit Ben und Jess und Sammy abhaken. Die kommen dann nämlich aus dem Wasser wieder raus und kommen logischerweise genau an dem Punkt wieder zum Vorschein, an dem sie auch von der Brücke runtergefallen sind. Und in der Folge davor haben wir ja gesehen, dass der Moment, wo sie von der Brücke ins Wasser gestürzt sind, da war gerade so Abenddämmerung. Da ist die Sonne langsam untergegangen, jetzt kommen sie wieder heraus und alles ist stockduster. Und ich kann jetzt hier meine Theorie von der Episode davor auch irgendwie revidieren. Da habe ich ja noch gesagt, die Backless Binax verhalten sich irgendwie seltsam, so als wären sie ferngesteuert. Hier können wir sehen, das stimmt nicht, weil die DPW ist jetzt dabei, den Backless Binax wieder in sein Gehege rein zu manövrieren. Also in diesen Container, um ihn eben weiter wegzufahren. Und das schaffen sie aber gar nicht so einfach. Sie brauchen dafür ihre Elektrostäbe und Betäubungspfeile und dann bekommen sie das Tier eben erst in diese Transportbox mit rein. Das heißt, der wird wohl kaum ferngesteuert sein, sonst wäre das jetzt ja hier nicht so ein Akt gewesen. Ja, was machen jetzt Sammy, Jess und Ben, die eben gerade mitbekommen haben, dass bei der DPW irgendwas nicht stimmt. Weil die haben ja gerade versucht, die umzubringen. Und ja, sie kommen jetzt einfach auf die Idee, mutig kann man dazu sagen, die denken ja, dass wir tot sind. Also schleichen wir uns einfach jetzt an Bord eines dieser Transporter und finden mal heraus, warum die uns umbringen wollten. Wer steckt wirklich dahinter? Weil die DPW ist ja nicht komplett korrupt. Die sind so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite haben wir eben die korrupten Leute, die eben dann auch dafür sorgen, dass hier bestimmte Anschläge vor sich gehen. Zu den Brooklyn Anschlager kommen wir gleich nochmal. Und eben auch Dinosaurier von A nach B exportieren und eben auch importieren. Und auf der anderen Seite haben wir die ganz normalen DPW-Leute, die einfach versuchen, die Menschen vor Dinosauriern zu beschützen und eben auch andersrum. Die Story von Yes, Ben und Sammy endet dann hier auch und wir switchen jetzt mal wieder rüber zu eigentlichen Haupthandlungen, die auch so ein bisschen Fokus geben für diese Episode ist. Denn wir bekommen so ein bisschen mehr über Matteo raus. Der Typ, der ja plötzlich als Kenjis Vater von den Atrosiraptor getötet wurde, aus dem nichts heraus aufgetaucht ist und eben Darius und Kenji gerettet hat. Ja, Matteo ist jemand, der Darius irgendwie auffällig bekannt vorkam. Und dann finden wir heraus, dass Matteo bei dem Unfall mit Brooklyn vor Ort gewesen ist. Das heißt, Brooklyn, die ja vermeintlich tot ist, die hat vor ihrem Unfall eigentlich Darius kontaktiert. Und der trifft dann irgendwann auch bei dem Punkt ein, wo er sich mit Brooklyn treffen wollte und findet da aber keine Brooklyn vor, sondern eben nur Brooklyns Blut und eben Matteo. Und ja, Kenji rastet dann daraufhin auch ein bisschen aus, weil er halt meint, okay, was haben sie jetzt damit zu tun? Er will einfach die Wahrheit wissen, ob Matteo da vielleicht dahinter steckt oder irgendwie damit drin involviert ist. Und der packt dann aus. Matteo erzählt die gesamte Story, was da gerade abgeht. Und zwar war er eigentlich nur für die DPW zuständig und sollte Dinosaurier von A nach B transportieren. Ihm war zwar klar, dass das Ganze irgendwie illegal war, aber er muss Geld für seine Tochter zusammenkriegen, weil die auch noch am Studieren ist. Und er muss bestimmte Rechnungen bezahlen. Deswegen hat er gemeint, okay, der Job war nicht gut bezahlt, aber immerhin habe ich halt einen Job gehabt. Und deswegen hat er Dinosaurier von A nach B manövriert und jedes Mal, wichtiger Satz, jedes Mal, wenn ein Job beendet wurde, hat er auf seinem Handy dann so ein Klingeln bekommen. Da war dann so eine Bestätigung mit dabei, jetzt haben sie ihr Geld erhalten. Immer, wenn ein Job erledigt wurde. Ja, Matteo war ebenfalls dafür verantwortlich, dass der Allosaurus, der Brooklyn vermeintlich getötet hat, von A nach B geschifft wurde. Bis dann aber ein Unfall passiert ist. Der Allosaurus scheint nämlich nicht betäubt gewesen zu sein. Deswegen steigt Matteo dann irgendwann aus, aus seinem Truck, aus seinem Transporter und will überprüfen, was da los ist. Warum das Tier da draußen Rambazamba macht, weil so ein randalierender Allosaurus lässt sich eben auch sehr schwer transportieren. Auf einmal geht dann, wie aus dem Nichts heraus, diese Tür auf, diese Gehegetür auf und der Allosaurus kann herausspazieren. Matteo versteckt sich dann daraufhin vor dem Allosaurus und wir hören nur ein lautes Schreien und merken, aha, das ist jetzt der Moment, in dem Brooklyn auf den Allosaurus trifft und an dem sie vermeintlich von dem Allosaurus getötet wurde. Das heißt, Matteo war nicht einfach nur vor Ort, nein, er hat den Allosaurus, der Brooklyn vermeintlich umgebracht hat, auch wirklich an Ort und Stelle ausgeliefert. Dazu kommen wir gleich nochmal. Also, er erzählt auf jeden Fall jetzt hier die ganze Story und meint ebenfalls auch, dass er nicht glaubt, dass das Ganze ein Unfall gewesen ist, weil das sehr, sehr zielgerichtet war. Das hat irgendwie alles ganz komisch zusammengepasst, so als wäre das wirklich ein gezieltes Attentat auf Brooklyn selbst gewesen. Was Matteo allerdings noch gefunden hat, ist Brooklyns Handy. Ja, Brooklyns Handy überreicht er jetzt an Darius und eben Kenji. Und wir wissen ja, dass Brooklyn und Kenji zusammen gewesen sind, dann haben die beiden eben Schluss gemacht und Brooklyn hat dann irgendwann bei Darius gewohnt. Ja, deswegen haben wir so ein kleines Eifersuchtsproblem. Kenji versucht auch dann mit irgendeinem Passwort, das war glaube ich 0206, ist vielleicht der Geburtstag von Brooklyn, ich weiß es nicht, versucht auf jeden Fall mit diesem Passwort ins Handy reinzukommen und merkt, die hat das Passwort geändert. Komischerweise allerdings kommt Darius in das Handy rein mit dem Passwort, was dann so ein bisschen für dicke Luft zwischen den beiden einstigen Freunden führt, weil, naja, Brooklyn eben bei Darius gewohnt hat. Und das muss ja irgendwie einen Grund geben, warum sie das Passwort auf dem Handy geändert hat. Ich habe jetzt hier mal ganz kurz eine Frage an euch, die behaltet ihr mal bitte im Hinterkopf. Ich gehe da auf dem Ende des Videos nochmal ganz kurz ein. Matteo hatte das Handy, soweit ich das richtig verstanden habe, von Brooklyn schon gehabt, als er auf Darius getroffen ist, während oder kurz nach dem Vorfall mit Brooklyn. Warum hat er das Handy nicht da schon an Darius übergeben? Warum erst jetzt? Behaltet die Frage mal im Hinterkopf, wie gesagt, darüber sprechen wir gleich noch. Auf jeden Fall kann dann Darius das Handy von Brooklyn entloggen und findet dann heraus, dass sie einen bestimmten Punkt in ihrer Navigation auf dem Handy als Home, also zu Hause gekennzeichnet hat. Und daraufhin werden dann Kenji und Darius erstmal stutzig, nach dem Motto, ja sie hatte doch eigentlich kein Zuhause, sie hatte also keine Wohnung, sie hatte ja bei Darius gewohnt. Und davor eben dann auch mit Kenji zusammen. Also was ist das hier jetzt für ein Punkt? Und dann sagen sie zu Matteo, okay, bitte fahr uns dahin. Wir wollen herausfinden, was da los ist. Und dann kommen sie an so ein Apartment, was logischerweise komplett leer ist, weil Brooklyn ist ja nicht da. Matteo geht aber auch nicht mit rein. Der fährt dann weiter. Vielleicht auch nochmal ganz kurz im Hinterkopf merken. Ja, Darius und Kenji versuchen jetzt im Apartment von Brooklyn bestimmte Verweise und Hinweise darauf zu finden, was denn da wirklich los ist und was damals passiert ist. Jetzt habe ich mir ein paar Notizen gemacht, ich muss die einfach vorlesen, sonst vergesse ich die nämlich wieder. Im Apartment finden sie erste Hinweise zu Dudley Cobrero, den lernen wir später nochmal kennen. Der Name ist auch relativ wichtig. Hier geht es darum, dass da komischerweise auf dem Tisch von Brooklyn offen einfach so ein Zettel von der DPW liegt, wo eben auch der Name von diesem Dudley mit drauf ist. Dann fängt Darius an, ganz viele Theorien daraus zu spinnen, was das alles bedeuten kann. Denn Kenji findet in der Zwischenzeit noch eine Notiz von seinem Vater und eine Tasche mit sehr viel Geld da drin, was darauf hindeutet, ja, Brooklyn hat wirklich mit Daniel zusammengearbeitet. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Kommen wir jetzt zu meiner ganz krassen Theorie. Ich spreche es jetzt einfach geradeaus. Wenn das jetzt stimmen sollte, das ist kein Spoiler, aber ich habe meine Vermutung. Der liebe Matteo ist der Broker. Matteo ist der Broker und hat sich hier so ein bisschen verraten. Die ganze Geschichte mit dem Broker wird später nochmal ein bisschen besser aufgegriffen. Der ist quasi das große Mastermind hinter dem gesamten Komplott, der da abgeht. Und ein paar von euch haben mir auch schon geschrieben, Tobi, meinst du, dass Matteo wirklich der Broker sein könnte? Macht das Sinn? Und ich habe mir irgendwie immer gedacht, ja, könnte sein, aber es könnte auch jeder andere sein. Keine Ahnung, wie ihr da auf Matteo kommt. Ich verstehe es jetzt. Matteo ist die Person, die aus dem Nichts heraus sofort weiß, wo Darius und Kenji sich befinden. Der taucht komischerweise dann genau zum richtigen Zeitpunkt auf. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, Tobi, wir haben doch eigentlich gesehen, was damals passiert ist. Weil Matteo hat doch die gesamte Geschichte erzählt und wir haben das ja auch visualisiert gesehen. Naja, es gibt sowas im gesamten Storytelling, das nennt sich der unzuverlässige Erzähler. Das ist zum Beispiel der Joker auch aus The Batman. Ein Erzähler, der eine Geschichte immer anders erzählt. Das heißt, das, was wir gesehen haben, von Matteo erzählt, die Geschichte visualisiert, könnte einfach eine glatte Lüge gewesen sein. Denn zumindest zu einem Teil gelogen. Wir könnten jetzt später nochmal in Staffel 2 zum Beispiel erfahren, dass Matteo selber den Allosaurus freigelassen hat und ihn gezielt auf Brooklyn gelenkt hat. Das wäre ebenfalls eine Option. Denn Matteo ist die gesamte Zeit hier in seiner eigenen Erzählung alleine gewesen. Es gäbe keine Zeugen. Wenn er der Broker wäre und hier lügen würde, wäre das auf jeden Fall der perfekte Moment. Und so würden weder wir als Zuschauer noch unsere Helden in der Serie auch nur ansatzweise eine Ahnung davon haben. Ebenfalls habe ich davor schon mal erwähnt, dass es irgendwie komisch ist, dass Matteo das Handy von Brooklyn nicht schon vorher an Darius übergeben hat, sondern das Ganze eben erst jetzt über die Bühne bringt. Im ersten Trailer zu Staffel 2 erfahren wir, dass der Broker selber wohl hier und da Sender angebracht hat, damit er genau weiß, wo sich unsere Helden gerade befinden. Warum also sollte ein Matteo das Handy von Brooklyn noch behalten und es später erst an Kenji und Darius weitergeben? Ich meine, er muss die beiden ja irgendwie beobachtet haben, sonst wäre er ja nicht rein zufällig aus dem Nichts heraus aufgetauchten Episode 5. Ich vermute, dass Matteo tatsächlich das Handy von Brooklyn manipuliert hat. Dass wir hier eine Art von Sender drin haben oder dass er zumindest dieses Home, diesen Home-Button, der uns verrät, wo Brooklyn damals gewohnt hat, dass er das einprogrammiert hat. In meiner Theorie ist das Ganze so abgelaufen, dass Matteo Kenji und Darius ganz bewusst in das Apartment gelockt hat, um sie auf eine falsche Fährte zu loggen. Zum einen ist dieser Brief auf einmal da von diesem Dudley, der wirklich extrem auffällig offen da rumliegt. Und könnte also Matteo, der Broker, da platziert haben, um die Fährte zu diesem Dudley hinzulocken. Ebenfalls sehen wir hier auch diese Tasche mit Geld, wo einfach eine Unterschrift mit drauf ist von eben Daniel. Ich habe den Nachnamen jetzt wieder vergessen, aber da meint Kenji auch noch so, dass es auf jeden Fall die Handschrift meines Vaters. Der Broker könnte diese Handschrift eben einfach kopiert haben im Endeffekt. Der braucht ja nur nochmal eine Unterschrift von Kenjis Vater oder irgendeinen Zettel, wo irgendwas draufsteht. Und könnte das Ganze also manipuliert haben, um Kenji einzureden, dass Brooklyn wirklich mit ihrem Vater einen Deal gemacht hatte. Denn Daniel selber hat gesagt, Brooklyn war bei mir gewesen, ja. Aber da würde ja nicht allzu viel mehr dahinter stecken. Und irgendwie glaube ich, dass Daniel, auch wenn er ein korrupter Mistkerl ist, dass das auch gestimmt hat. Ich habe ja wirklich die Vermutung, dass da irgendwas mit Matteo nicht stimmt. Und da werden wir auch in kommenden Episodenbesprechungen jetzt nochmal drüber quatschen. Wie gesagt, zum Zeitpunkt dieses Videos hier, ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Morgen kommt Staffel 2 raus. Wir werden auf jeden Fall zuallererst noch die letzten Folgen von Staffel 1 hier fertig besprechen. Und dann gehen wir zu Staffel 2 über. Und dann mal gucken, ob wir im Endeffekt dann doch recht haben und dass Matteo wirklich der Broker ist. Ich bin jetzt wirklich soweit, Sayona Santos kann irgendwo auch sein. Aber ich glaube, das würde einfach serienintern viel mehr Sinn machen, wenn es Matteo wäre. Denn wenn du einfach nur die Serie kennst, dann weißt du gar nicht, wer überhaupt Sayona Santos ist. Ein Matteo würde hier für alle Kids, auch die die Serie eben nur schauen, wesentlich mehr Schock erzeugen. Und ich glaube, dass wir wirklich dann da hingehen. Ich bleibe dabei, Matteo ist der Broker. Schreibt mir jetzt eure Gedanken zu der Episode und meiner Theorie in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bis zu Episode 8. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Ciao, ciao. .